Okay, let's go. Okay, let's go. Dann machen wir mal eine Granate oder so ein Koffer. Aber wenn ich die Runde verliere, dann gehe ich direkt wieder mit der Autoshot in den Tapsi. Lang. Doch, nicht. Fake News. One shot. Bombe link von mir. One balcony. Glaub ich mal? Bombe link. Der ist schon ziemlich weit vorne gewesen. Der hat sich gut ausgeschlecht. Leider nicht ausgeschlecht. Oh, da hat der Degel. Ja, mit Degel. Da sind die Degel. Da sind die Degel. Ich glaube, ich mache den Scheissdreck mit der Autoshotti trotzdem. Sehr schön, der Bergabsperrer. Keiner Mitte. Keiner Mitte. Ich habe meine beiden Hümmel getötet. Kannst du mir bitte töten? Bitte. Hilfe. Oh, das nehmen wir mit. Ja, ich habe ein neues Hühnchen rekrutiert. Dass wenigstens eine MVP gekriegt hat. Ja, da ist es. Meine anderen sind gerade an meiner Granate gestopfen, weil ich das Licht an die Wand pfeffert habe. Ja, okay. Der war nicht gut lachen. Ja, okay. Der war nicht gut lachen. Ja, okay. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Ja, okay. Der war nicht gut. Ich habe die Ecke nicht gut. Ich habe die Ecke gut. Danke. Das war höchst illegal. Wann ich nicht. Der spielt in die Mitte zurück, oder? Ich habe in einem Balkonräum, den der Quartar bis er vorbei rennt. Ich glaube, die sind richtig mad. Naja. Warum ist er die Why you mad, Bro? Ja, stimmt. Why you mad, Bro? Oh, scheisse. Wenn ich den Smog vergeig. Ich lasse den Short mal ein wenig offen. Ah fuck, jetzt hat er mich erwartet. Jesus Marius. Oh, big brain time. Big brain hätte sich verstoßt sein. Ja, ich habe nicht gesehen, big aim. Warte, ich kann ja... Komm, hol den anderen. Jetzt ist big aim time. Na, ich bin so schlecht. Schweine aim. Es ist big. No time. Wenn er 1-4-1-S hätte, das geht. Ja gut, mit dem. Die zielt ohne den Meter wieder nachher. Ja, gib mir Ruhe. Willst du überhaupt nicht rum mit beamen? Ich wollte eigentlich Ding weg. Du Schweine, das war ich meiner. Der ist direkt hinter der Wand gestanden. Ich habe ihm schon dreimal in die Schulter geschossen und dann lagst du so ein Netter durch Ding. Ich wollte ja eigentlich noch meine Smog weg sprengen. Ja. Time to earn our stories. Der ganze ist nämlich voll auf Dabs konzentriert. Ah. Nice. Mit der M4 hätte ich ihn gehad. Mit der M4 habe ich ihn gehad. Komm, schwimmen auch in die AWP, wenn es jetzt schon so gut klappt. Fischfurt. Gibt es aktuell anscheinend einen Bug. Da kannst du irgendwie deine Flash wegwerfen und sie nochmal aufheben. Während du davor schon was anderes gekauft hast. Den Beide ist short, glaube ich. Oder noch nicht. Hast du gesmogt oder sie? Ich habe gesmogt. Sie sind auf short gelobt. Sie haben also auch gehört. Ich habe meine Flash weg. Ist ja gar nichts short. Jetzt sind sie lang. Oh, nochmal. Ich bin nicht entscheid, aber ich auch nicht aimen soll. Ich habe genau mit einem Zoomfinger ein Pflaster und die rutscht die ganze Zeit weg. Das ist Bombi. Bombi bei mir. Der ist oben im Elbs. Der ist oben im Elbs. Der ist oben im Elbs. Machen wir ein Maps. Not on my watch. Irgendwie so rausgeschaut und danach wieder nach oben und sie ist ja auch verwirrt. Weißt du auch verwirrt. Aufschupfen? Die Gässen. Nein, ich habe einen Joghurt im Rucksack. Das ist schon hart. Jetzt aber. Der Zweite hätte vielleicht gleich gestohlen. Bei der Ersten. Eine Aldi Galila oder Aldini. Dann gehen wir mal über den Balken. Er ist voll flasht. Er ist bitter und er ist lang. Wo lang habe ich ihn einfach ignoriert. Er hat noch viel. Der eine hat 0 Kills gemacht. 0-10. Er hätte mal ein bisschen mehr Counter-Strike gespielt. Er ist halt ein Dark Lord. Er mag das gerne wenn er ein Bein liegt. Ich denke. Heute ist der beste Tag. Ja eh. Deck mich am Töcki dich. Er hat das immer noch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020